Guten Tag miteinander, hier neben mir ist Renato Nyc, Patrouilleur, Lawinenhund Lio und ich bin in der Gardin Lopac. Im Moment haben wir in der oberen Region schon sehr gute Schneeverhältnisse und in den unteren Regionen haben wir auch schon mit Wunsch schnell etwas nachhelfen und haben auch dort bereits eine gute Piste angekommen. An diesem Wochenende werden wir rund um den Vorraffen etwas offen haben, La Ciala werden wir öffnen. Wir werden um den Grapp zum John herum, werden wir auch schon ein Angebot haben mit Sechsenfesselbahnen und Anfängergebieten. Das ist natürlich auch ein kleines Angebot für die Weisbergfahrt. Die Alaparte haben wir leider im Moment noch nicht offen, wir haben bis jetzt noch nicht die Temperaturen gehabt, um bis ins Jahr zu steigen. Ja, wir werden morgen eventuell noch mal ein bisschen Neuschnee kriegen in den oberen Regionen und ab dem Sonntag rechnen, damit es herrlich im Winter spott ist. Wir wünschen euch allen schönen Festtagen und würden es schön finden, wenn wir die einen oder anderen uns begrüßen hier in schönen Schneiderbergen.